deswegen reite ich jetzt mal hier entlang das ist anscheinend unser ziel haha ja es ist auch ein ganz guter weg hier hinzukommen muss ich kann was sagen ich wüsste mal ganz kennen wie viel leben und erfährt noch hat so gehen wir mal da rein haben wir schon mit zu hilft gefunden mit 12 noch mal kurz im pieps es ist tot ja also irgendein paar was dann ist ja alles okay wenn wir ja ein schlüssel finden ja schlüssel im moment bücher oder forschungsprotokoll sehr höchst interessant sagen es gibt ja öfters im spiel solche sich gebiete wurde also mit gold ist und so dass meistens zu zwerg gegenden und also es gold ist so und das sieht immer ziemlich gut aus das sieht ein bisschen gruselig aus aber muss sagen ich habe ein spiel so ein bisschen zu laut aber da ich ja mit auto city extra aufnehmen kann ich das ja nachher noch männern alles scheiße sagen ist feuer bringt ja nicht sehr viel aber lydia macht es schon lydia macht es fast das lydia sehr gut jetzt haben die marceliensteine dabei das ist ganz gut kurz mal ausruhen jetzt aber nicht mehr so das ist für ein tolles aufbewahrungsgefäß zwar leer aber irgendwie ist es witzig mit dem deckel und alles ich glaube ich sollte hier was anderes auspacken wie ich das hier aber das ist auch nicht ganz so effektiv irgendetwas lydia die besseren die besseren waffen kann ich das jetzt im zombie erwecken oh sehr schön nein geht nicht ist egal ein ganz tolles sachen haben die immer dabei weil ich hatte es viel wert sie sitzen das dritte tasten da kommt weiter aus ja so will ich das sehen ich bin nach hinten geflogen durch meine tolle zauber völlig gut für die gute truhe hier mehr gibt es hier aber nicht mehr habe ich mal gehört nein das ist nicht so gut aber es ist auch egal so noch einer anscheinend nicht gut ich habe überhaupt nicht durchgelassen was das graue zeit überhaupt ist aber ich nehme es einfach mal mit abkürzung abkürzung ist ja irgendwo wo alter ähm das ist jetzt überhaupt nicht gut muss ich mal anmerken moment objekte f das andere ist schon favorit mehr heilung habe ich gar nicht ja herzlichen glückwunsch ja herzlichen glückwunsch ähm ähm moment oh oh das ist jetzt bisschen scheiße ja jetzt komm person ist beschäftigt du kannst dich gerade nicht töten person ist beschäftigt so jetzt komm wenn es zeug noch mal machen hat es den glückwunsch nein jetzt weil ich weiß schon was da kommt das war ja alles scheiße ja komm so mitnehmen sehr schön ach ich hab schon gedacht da ist noch was aber nein da ist nicht nochmals noch was das ist mein favorit starken heilung habe ich auch noch verrückt magiker ewigen magiker jetzt aber dann der geringen magiker zusätzliche magiker halt neu ähm moment moment ich hab ja so viele magiker nein jetzt hab ich heilung scheiße immer irgendwas rat so dann ging es auch rein boom und tot so magiker regenerier dich im moment da drin ist noch was so und jetzt zurück kennen wir ja schon alles so weiter geht's speichern wir hier aber mal moment wo kam nochmal dieses scheißviech da wo ist es denn da ist das ding tee kommt das ding eigentlich her an okay Vielen Dank.